Ah stimmt, ich muss drei Skeps töten ohne Medizin zu nutzen. Lass mal rechts zu dem Dinger laufen. Dorthin? Ja nur kurz, wir können dann schon links wieder hochlaufen. Da ist keiner da, würde ich sagen. Die Keycard muss man checken. Was hat schon so manchen das Leben gekostet? Ach was. Wow, 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 da schießt was auf mich. Das hab ich doch. What the fuck war denn das jetzt? Kommst du ja zum Felsen zurück? Ja, ich bin schon am Felsen. Mann, eigentlich wollte ich abbrechen. Jetzt hat er die ganze Flasche gesoffen. Na ja, gut. Pass auf, da ist irgendwas rechts oberhalb. Was heißt rechts oberhalb Richtung Checkpoint oder was? Ja, aber oberhalb Richtung Berg schon. Da will ich auch gar nicht hin, ich will eigentlich jetzt rüber. Ja, dann lass komplett links rum rotieren. Da hast du ja dann Container. Kann sein, dass der sich jetzt denkt, ja gut, wir fangen, die fangen uns ab. Ach, die denken gar nichts. Du läufst aber wieder zurück, oder? Nein. Doch ganz links zur Straße. Ach so. Ganz vorne an der Straße und lauf nach oben. Ach, da bist du. Und der Gegner war rechts von dir halt irgendwo. Da musst du halt halt ein bisschen aufpassen, deine rechte Seite musst du halt ein bisschen aufpassen. Ja, ich dachte rechts vom Checkpoint war der. Nein, oberhalb vom Checkpoint, habe ich doch gesagt, Richtung Berg. Oberhalb vom Checkpoint, also links war das von uns dann. Ja. Na, das hast du ja nicht gesagt. Für mich ist oberhalb Richtung Berg, ist das halt für mich links. Ja, du hast gesagt hinten, hinten Checkpoint. Da habe ich gedacht so Richtung Outskirts, hinten am See ist ja auch der kleine Berg da. Am Outskirts. Na, du hast gesagt rechts. Das ist halt doof, du musst dann schon irgendwie, weil rechts und links ist es immer abhängig davon, wo du hinguckst. Oder ich. Eben, deswegen habe ich gesagt, oberhalb Richtung Berg. Na ja, dann sag doch, da oben ist ein Sporn in dem Berg. Dann hätte ich gesagt, da wo der Sporn wohnt. Das weiß ich gar nicht. Oder kurz vorm Musiccamp der Berg oder sowas. Aber Berge gibt es ja hier viel. Deswegen, ich hatte angenommen hinten den. Aber da oben rechts den Berg, den kennst oder? Da Vulkan nennt man das auch. Ja. Ja. Ja genau da ist ein Sporn. Vielleicht sind die auch von da, wollten da runter. Wenn man jetzt halt aufpassen nicht, dass die jetzt schon wieder da sind. Ich weiß nicht, dass die zurückgelaufen sind oder sowas. Ich weiß nicht, dass die zurückgelaufen sind oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich dich gehört habe jetzt. Wo? Hier im Zelt. Im Zelt. Ja. Bist du unten auf dem Felsen? Ja, ich war auf dem Felsen am Zelt. Passt. Ja. Brennst du? Nein. Hier läuft was durchs Gebüsch. Jetzt bin ich hier auf deiner rechten Seite wahrscheinlich. Ich hocke hier unten vor dem Felsen. Ich bin immer noch hinten, wo wir hergekommen sind. Unterhalb von dem Felsen. Bei den zwei Betten. Ach so? Alles was du links hörst oder so, bin ich nicht. Bewege mich grad gar nicht. Chill noch ein bisschen, der sitzt halt irgendwo. Ich lauf mal ein bisschen hier hinten rum. Vielleicht denkt er, ich bin das oder so. Ich bin wieder hinten am Zelt. Was für eine Nate war das? Meiner. Also. Wie geht es? Vielen Dank. Der kämpft sich jetzt so ein, der Wichser, Mann. Da läuft er rum. Wo? Am Zelt. Aber... Nee, der läuft rechts von mir, unterhalb schon. Ja, der ist bei mir hinten. Ich bin an dem Felsen hier. Der ist da, wo wir hergekommen sind. Boah, ich bin tot. Deine Nade hat mich getrickt. Was? War das deine Nade? Ich habe eine Nade geworfen gerade. Das war deine Nade direkt auf mich. Ja. Da ist er links die Schräge hochgelaufen. So habe ich mich genädelt. Mist. Er hat noch gesagt, ich sitze vor dir an dem Felsen. Nee, du hast gesagt, du sitzt da, wo wir hergekommen sind. Teamkill incoming. Wenn das Klaus sieht. Aber der ist, keine Ahnung, ich glaube, der Typ war ein Nob. So gut gegiert war, war er auch nicht. Ach, wieso kann man denn hier nicht schon mal wieder... Ach, ey, das ist auch... Ja, agiert. Oh, ey, das geht noch auf den Keks hier. Oh, ich kann den Rucksack nicht mehr umsortieren, Alter. Das ist doch dumm. Oh, ich kann den Rucksack nicht mehr umsortieren, Alter. Oh, ich kann den Rucksack nicht mehr umsortieren. 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 Johnny, grüß dich. So ist ja eigentlich der Plan. So ist ja eigentlich der Plan. Der hat direkt kassiert. Der lag oben auf dem Felsen. Hast du den nicht gehört, wie er hochgesprungen ist? Ja, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ein paar Steps gehört, ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel ich ihm gegeben habe. Aber der hat ordentlich von mir kassiert. Ja, das hat er längst weggehangelt. Der hat einen Headshot kassiert. Der hat dann sowieso. Das war 1a Headshot gerade. Wundert mich, dass ich mal einen Headshot lande. Ich nehme das Zeug von dem Skeft-Backpack in die Sock-Weste. Ich biege ja noch 10 Zentner. Ich bin so schon schwerer. Besser stehen da oben und dann auch noch zum Loot. Scheiße. Das macht er nichts. Warte mal, was... Ich muss mal kurz... Ich glaube, dass da nicht mehr viele PMCs kommen. Das einzigste, was da jetzt dann langsam kommt, sind Player-Scaps. Wenn er sich jetzt ein bisschen der Alt stehen noch schnell einparkt. Ich kann es liegen lassen. Ich stehe schon dran vorbei wieder auf. Der Rucksack mit dem Notaus-Knopf steckt in dem anderen Rucksack. Der Alarm-Knopf ist nicht mehr zu sehen. Hier ist noch einer. Der läuft aber links unten Nehmen wir doch mal Der ist direkt vor mir Entweder oben Alter, dieser blöde Helm So, da war er Links unten Links unten geht gar nicht, weil da ein Felsen ist Ach, das war in Level 5 Oh, na gut, dann mache ich mich jetzt aus dem... Ach nee, ich wollte ja den da oben noch looten Dann lasse ich dem auch sein AK Hier bin ich jetzt mal... Boah. Ui. Boah. Der ist heiß. Alter. Ja. Ja. Was? Ich verstehe nichts. Doch A1. Und ne MP7. Das wäre ein neister Kill, danke schon. MP7 musst du weg rausnehmen, dann ist es noch ein Einsatzlot. Ja, dann sprach ich ein bisschen. 57 Kilo auch noch. Max leer klippen. Mhm. Na J, S, P, S, X, die kann man noch kaufen, oder? Die 30er Max von ihm würde ich leer klippen, das 40er Map würde ich behalten, weil das 40er Map ist jetzt... Ja. Ja gut. In Ordnung, du bist jetzt vom Level höher und hast über 37 Millionen. Also... Bei dir wäre es jetzt egal. Nein. Na, das kann man auch mal mitnehmen. Na dann viel Spaß beim Schleppen, ja. Ja. Ich habe doch... Einen Mule habe ich nicht mehr dauernd. S, J, 6. Aber was ist denn besser? F, M, S, X? F, M, J, F, M, J, F, M, J, F, M, J, S, F, M, J, A, S. Wie heißt er? Keine Ahnung, kann sich kein Mensch merken. Viel Spaß beim Schleppen und vor allen Dingen, ich muss hier erst mal... Oh, Alter! Mist, Lexi. Scheiße, dass ich dich gesprankt habe. Ja, ich finde es auch ein bisschen scheiße, aber das ist halt so. Aber meine Informationen, wo du warst, waren ganz andere. Ja, du verstehst das immer ein bisschen falsch, so was ich sage. Aber passt schon. Ja, du hast gesagt, du bist da, wo wir hergekommen sind. Ja, da sind wir auch hergekommen. Aber ich habe von Anfang an gecallt, dass ich immer noch an den Felsen bei den zwei Betten da bin. Ja, das war der Felsen hier und nicht da ein Gebüsch, oder? Ich habe doch die ins Gebüsch gefeuert. Die ist direkt zu mir gekommen. Hm. Und ich dachte, das war der, der hier rumschlich. Ist mir scheißegal, Mann. Ich habe nur die Dinger gehabt, ein S-Hotel. Gott sei Dank. Jetzt komme ich ein bisschen heilgegierter da rein. Also jetzt komme ich mit der MK16 da reingehen. Wir laufen in die Runden. Wenn ich mich da nochmal wegnetze, dann bin ich Akku. Ja, du musst da ordentliche Ansagen machen. Mit dem Felsen in den zwei Betten, das war ja weiter vorne. Und da habe ich, so weit habe ich die Nate nie geworfen. Ähm, ja, FMJSX ist die beste Hammer. Okay. Naja gut, da waren neun Schoß, die habe ich gerade weggeschmissen. So von Penn. SP. Ja. JSPSX. Aber APSX geht auch noch. Und die JSPSX, taugt die was, oder ist das Mühe? Die macht halt nicht so viel Penn, aber dafür macht sie wieder mehr Damage als die FMJ. Ja. Also sprich, die JSP geht noch durch Vierer grad so, aber dann, also wenn der Gegner Fünfer und Sechser, kannst du vergessen. Aha. JSP, JSPSX ist die drückbeste Hammer. Okay. 18 Minuten. Oh, einfach später. APSX, dann FMJSX, dann JSPSX, dann Subsonic und dann halt Action Essex. Okay. Naja, ich habe jetzt gerade nochmal Ammo-Chart aufgemacht. Das ist halt auch immer das Geile, wenn die Leute sich wundern, warum sie mit TKM APM One-Shot sind auf Thorax. Aha. Da wundert mich aber nichts, weil die bis zur Vierer komplett sechs Punkte voll hat. Und dann bei, wenn ein Gegner Klasse 5 Armor anhat, hat sie trotzdem noch fünf Punkte und bei Klasse 6 sogar vier Punkte. Mhm. Sprich, wenn ein Gegner Klasse 6 Armor anhat, gibst du den zwei Hits und der ist tot. Mhm. Bei einem Hit ist er schon richtig krass verwundet. Das bei der APM Ammo. Scheiße, was habe ich... Was ist jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Gibt es doch SJ1 und SJ6. Welcher ist für die Ausdauer zuständig? SJ6. Merke ich aber irgendwie nicht so. Doch SJ6 ist Ausdauer. Boah. Na gut. Wahrscheinlich würde ich... Das stimmt. Ich würde wahrscheinlich jetzt bei dem Gewicht gar nichts mehr regenerieren. Das stimmt. Also merke ich doch was. Ja eben. Ein bisschen kann schon drüber sein über dem, den wir zwar von der Kilo anzahlen und den generieren schon noch. Was wäre das jetzt, wenn du wahrscheinlich, keine Ahnung, 80, 90 Kilo hättest? Dann würdest du wahrscheinlich sowieso gar nichts mehr regenerieren. Na, ich glaube, ich habe jetzt knapp 60. Es wird normalerweise nichts mehr regenerieren bei mir, glaube ich. Ja. Und der Helm, Alter. Es ist eigentlich... Man sieht nichts, man hört irgendwie nichts außer sich schwer atmen. Aber man hat halt einen Faceschild. Vielleicht bringt das ja mal was. Was hast du? T800 Helm oder so draufgegangen? Glaube, ja. Kannst du aber... Kannst du das Faceschild nicht mit N wegmachen? Doch, kann ich. Und dann... Uh, da höre ich mich jetzt nicht mehr atmen. Welchen Ausgang läuft eigentlich gerade? Nordarm. UN-Rotblock. Nordarm. Nordarm. Wir haben noch 14 Minuten, das schaffen wir locker bis dahin. falls sonst keiner auflauert oh ich kriege eine rühre doch noch aber hey betrachte die runde doch mal so was hätte mit rausgebracht und drei leute erschossen eigentlich vier aber der vierte zählt irgendwie nicht und mein stash wird ein bisschen leere das ist ja das was du wolltest ja genau aber nicht so kommen junge noch ein sj6 rein hier wir haben es doch höchstens er stört bei einer überdosis naja er hat nicht mehr ausdauer regeneriert er hebt hier keine ahnung geht ja vier minuten ich weiß nicht die vier minuten waren scheinbar schneller rum als mir das kann ja schon dieser dieser die bach sozusagen wie du dunnelblick kriegst und sowas also bin ich davon ausgegangen ja auch wenn der wenn der die vor kommt heißt das trotzdem nicht dass das ist das verfallen nicht okay aber ausdauer hatte trotzdem nicht mehr gemacht da drüben befallern sie noch welche ich gibt so ein ziel aus ja ja so genau dass ich aufpassen muss dass ich noch nicht so einsam bin oft damit wie ich dachte auch vielleicht waren es ja auch ich bin so ein sketch spieler Das war's für heute. Gleich geschafft. Oli, Teamkill incoming. Du hast das schon gewusst, oder was? Wenn das Klaus sieht. Oh ja, Exit. Weiß ich nicht. Vier Spieler. Oh. Uhuhu. Was, das hab ich nicht verstanden. Ja, alles gut. Das war gar nichts gut. Ich hab grad nur laut gedacht. Das war's für heute.